Die Fantastische Geschichte von Laura und ihrem Stern Oh, ein kleiner Stern. Was machst du denn hier? Das ist ja dein abgebrochener Zacken. Jetzt habe ich meinen eigenen Stern. Einen richtigen Zauberstern. Die Tornado ist hier durchs Zimmer geflogen. Unsere Tochter. Wir fliegen! Ich glaube, ich träume. Ich sag dir, fliegen ist einfach das Schönste auf der Welt. Stern? Kleiner Stern? Mama, können Sterne traurig sein? Wenn sie sich einsam fühlen und weit weg nicht zu Hause sind? Ich muss den kleinen Stern nach Hause bringen. Nach Hause? Das magische Kinoabenteuer für die ganze Familie. Lauras Stern. Das war super. Das war super. Das war super. Das war super. Untertitelung des ZDF, 2020